In der Erklärung der Menschenrechte steht, dass alle Menschen gleich sind. Ich lebe diesen Grundsatz. Denn für mich ist es egal, ob jemand hell oder dunkelhäutig ist. Ich teile nicht nach Herkunft ein, für mich zählt der Charakter. Leute nach der Herkunft einzuteilen, ist für mich unlogisch. Ich mag das Wort Rassismus nicht, weil ich nicht in Rassen denke. Lasst uns gemeinsam gegen Rassismus auftreten. Gemeinsam sind wir stark. Vielen Dank.